So, morgen früh, parat für den Dental Dirtbike Trip mit den Jungs zuhören. Ich bin gespannt. Ich gehe. Mega was abgeht auf dieser Strasse. Das ist mega. So, wie war die erste Runde? Ja, innen gehen wir mal. Wild, aber gut, schnell und so. Aber gut, gut, weg natürlich. Jetzt haben wir hier beim ersten Hütchen gehalten. Und da machen wir jetzt einen kleinen Dental Zahnputz-Lektion. Oh, hey, super. Ein bisschen crazy Moment. Aber ich komme langsam rein. Aber es ist super. Und die Kinder sind mega herzig. Es ist wirklich berührend. Einfach hier irgendwo im Ghetto, irgendwo. Bist du da, in der Schule, da hat die Kinder in der Schule. Da denkst du, hey, jetzt mache ich den ganzen Tag hier. Aber gut, 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 Mann. Was machst du da? So, jetzt sind wir fertig mit der Lektion. Und die Kinder haben alle ein Zahnwäschchen in den Zahnwäschchen bekommen. Und jetzt stehen sie alle da und winken. Klösschen, fahrt wie eine Maschine. Was hast du gemacht bei uns? Ich bin schon sehr schnell gefahren. Jetzt geht vor. Ich müsste einen Scheichenboden haben. Dass ich am Kuser gekommen bin. Das war wirklich krass. Ich bin auch sehr gut, wenn es soயie vorgibt. Das war wirklich krass. Das ist die Zahnwäschchen, in der Ole Fahle. reise für die neue Säge. Und, was war er? Und! Absolut wahnsinnig! Also wirklich abenteuerlich wie ein Solche. Aber auch wirklich das war. Das war wirklich das beste, was ich gemacht habe. Der Leck. Das war Bobi, das war geil. Irgendwann in Porto. Ich weiss es, das sieht schlimm aus. Oh Dreck! Geil! War das Dirty Bike Rennen?